Hallo Leute, Maffi hier und wir spielen weiter. Final Fantasy 1. Wir sind gestern in den Balkan gegangen. Wir sind beim Biermaria Speicheranzang. Ich glaube wir konnten über die Lava nur die Macht des Schaens genommen. Was winken? Eins könnte man auch ein ganzes Team nur aus einer Klasse erstellen und wird vermutlich keine Heilung bauen, das gesamte Spiel. Also aus EINER Klasse, damit meine ich natürlich den Grieber. Dämonen. Nein, Dämonen. Hahaha. Was wird das für? Wir sind in einem Vulkan. Das wird dann bei denen vermutlich nix bringen. Richtig. Feurer. Und weil sie mich doch trinken will. Eine Feuerhydrator. Duel. Und da war sie da. Feuergeist. Oh mein Gott, yes. Mithrilhelm haben wir schon. Brauchen wir nicht mehr. Oh, das Team kennen wir doch schon. Mach Spaß. So, das war das Team. Oh ja. Vermutlich hätte ich den anderen Weg rum gehen müssen und hätte weniger Kämpfe bekommen. Schön, dass ich ihn nur ankleine. Finde ich knorke. Ja, finde ich echt knorke. Ah, Uka Häuptlinge und Uka Markus. Oh, falsche Taster. Da wäre noch eine Truhe. Hinterhalen. Mhhh. Ja, okay. Wollen wir die Truhe da hinten haben, ich denke mal. Oh ja, ein paar Elementer. Und... 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 ... und... ... die Elemente hat wohl. Ich bin jetzt mit der HP-Werdeleinchen-Charakter. Echt egal. Der hiebster Karten. Blauschleim. Blauschleim war nun mal Angriff. Das wollte ich nun grad mal wissen. Ich hab ehrlich gesagt keine Mist auf euch, wisst ihr das? Perfekt. Ich hab die Schatzkammer gefüllt. Wow, wie sie mittlerweile alle übermächtig sind. Mithril-Handschuhe haben wir schon. Mithril-Helm haben wir auch schon. Eye-Potion haben wir schon. Zelt haben wir schon. Lava-Wurm. Geil. Lava-Wurm, was machen wir denn da? Einen soll ich mir mal beten? Angucken. Ach, das ist B. Na dann. Lava-Wurm und ist verfehlt. Ist klar. Was und nicht noch alles. Geil. Anti-Dort. Geil. Noch mehr Geil. Mithril-Ax. Mithril-Schütz. Geil. Für nix wehr. Ach, ich wollte sagen noch was aus mit Drill. Na ja. Schade. Wurm. Ja. Die Kämpfe sind nicht einfach. Oh, Feuerwehr. Mehrere. Kannst ihr Feuger? Es wäre höflich, wenn mir die Frage nie beantwortet. Geil. Du kannst die Lächeln angriffen. Okay, wir müssen heilen. Ähm, Heira. Geil. Geil. Aberетсяino. Geil durch Geil. Geil durch Geil durch Treffer. Geil durch Suivi. Oder Jubel. Eping-Dem-Dem. Geil berit ges Gwen. Geil. . Joche traute golpegen werden,гаcoat да. Wie nähe. Ebenen Nummer 2 Ok Genau, das war die Ebene, wo ich glaube ich bei meinem ersten Mal lange gesucht habe. Wow, das ging schnell. Wow, die haben wir auf Interesse. Unglaublich. Aha. Ich vergaß es. Wie viele Ebenen gab es hier nochmal? Auch hier 5? Oh, meine Tauchung. Ah, das ist eine Feuerwehrkraft. Hier ist gut. Da geht es hier auch um. Was? Höllenhund, ja. Na da. Hallo Höllenhund. Nö, hier speichern wir jetzt, sag mal. Das ist mir gerade die. Ah, schade, dass du drauf gehörst. Da legst du mir. Das ist aber auch hier so heil. Hä, ich habe doch Ethers gekauft. Was mache ich mir überhaupt für Sorgen? Hätte ich ja fast vergessen. Da nicht. Wir holen die. Wir holen die. Ähm. Sieht aus wie die Kuka-3. Nach hier unten, oh ja. Da unten geht es weiter. Normale Kämpfe sind so abzuwarnend. Das hab ich fast vermutet, dass du hier drauf gehst. Komm, heile mich ordentlich durch. Ist ja nicht mehr mit anzusehen. Wow, zwei Schritte und schon der nächste. Ich hab da aber was Geiles, was wir schon lange nicht mehr hatten. Feuer! Wie lebt es natürlich hier? Unglaublich. Treppe! Treppe ab! Oh, Schummi an Landpumpen. Cool. Goldnahtel hebt Stein auf. Das ist cool. Feuerhekse. Ich hab gar nicht gespeichert. Dann machen wir das dann mal. Speichern! Kill gefunden. Da lang, da lang, da. Feuer geht das. Verdammt. Der macht aber ordentlich Schauen. Von den Türen. Antidot. Kill. Ja, dann tun wir ja. Weil ich gleich nochmal gegen ihn kämpfen darf. So war das jetzt nicht so. Flammshit. Kill. Kill. Verdammt kommt der Kampf. Wird schon mal zu wissen. Oh. Falls ich mal Geld brauche. Erfahrung. Froschschwert. Oh. Gleich mal ausrüsten. Dann werde ich noch übermächtiger. So. 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 Hier oben war es. Falsch. Dann gehen wir jetzt nach oben. So. Hier oben war es. Ehh. Wuhh. Da auf jeden Fall ist der Türen. Guck mal, es ist wie jemand rumgekuckt. Ach so. So langsam aufreste. Zweite Möbel für nichts hier, ich brauche weiter zu gehen. Schikra, einmal auf dich und einmal auf dich und einfach auf einmal auf dich und dann haben wir fast kein Mann. Ein roter Drache. Oh, roter Drache ist tot. Was soll denn? Ha! Feuerexer! Stab! Dann eine Feuerexer, richtig! Und, ge- und ein Nanto! Kappe! Jetzt wird's kompliziert. Hier oben ist... Nix. Das Eisschwert ist cool. Hier hinten könnte was sein. Nix. Hier oben? Nix. Jetzt geht erstmal die Suche los. Ja, dann gehen wir einfach hier lang und gucken mal hier. Hallo Feuergeekers, tschüss Feuergeekers. Sind du Mechini? Vitro will ich auf jeden Fall haben. Auch wenn da vorn Feuertag ist. Oh, meine Heilerin ist tot! Was? Dich. 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 Und... Und nun? Weil du musst jetzt erstmal viel heilen. Heiler. 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 Heiler! So. Flammenpanzer. Das ist ja eine gute Entscheide. Ich hätte gucken sollen, ob der Flammenpanzer auf einer anderen Seite ist. Die anderen kriegen keine Ausrüstung zu können. Ist so wahr, ob ich geschah. Ich könnte ja mal gucken. Abfliegen. Nö. 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 So. Hat keine Auswirkung auf die andere. Nö. Dann war es hier unten. Dann fuhl. Dann fuhl. Oh ja. Oh ja, Giga. Oh ja, Giga. Ah! Und fish. So. 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 Vielen Dank.